Wir sollten lieber arbeiten und meine Rente verdienen. Diese Herrscher lieben Leuten ihren zweiten frühen Eindruck. Scheiß McDonnells Junkie. Das R-Team am nächsten Freitag um 22.45 Uhr in Sat. 1. Jetzt hat er die Pfote gewechselt. Scheiße. Ich habe die Hosen an. Sie sind richtig wettbewerbskundige, kampflustige Damen zusammengekommen. Doch nur wenn die Männer schworen. Wir wollen es! Gibt sie 15.000 Euro. Ich bin das so sicher. Das kann mein Mann sein. Mein Rollenspiel mit eurem Dumpen bereit fühlen. Das ist euer Spiel. Mein Mann kann heute um 20.50 Uhr in Sat. 1. Als justiz. Köller, nein. Oho! 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 Heute haben wir wieder die Chance auf 1.000 Euro und 1.iones Halloween. Beantworten Sie einfach nicht den Spätragen des heutigen Tagess. Die Nummer zum Glück lautet 01379 44 332. Der hat gerade den ganzen Kopf im Becher. Es ist ja ein Lichtblick. Du sagst aber, du ziehst den zweieinhalb Wochen oder die ein oder drei Monaten aus, ne? Hast eine eigene Wohnung. In der Umgebung, aber ja. Von ihm. Von ihm irgendwie, aber okay. Ich meine, ganz ehrlich, dann habt ihr doch wirklich alle Chancen dieser Erde, total auf ruhig nochmal einen zweiten Start zu machen, oder nicht? Ja, schon. Also, Moment, Moment. Das ist ja immer wir. Du weißt immer noch nicht. So weit sind wir da. Ist ja nur die Idee. So weit ist ja wieder ein Z, Mama. So weit ist ja auch. So weit ist ja immer wieder.